Wer unserem Kanal schon länger folgt, der weiß, Aufrufe zu spenden gibt es hier eigentlich nicht. Wer uns unterstützen möchte, findet die Bankverbindung und unser Paypal-Konto in der Infobox in der Beschreibung. Und wenn ich Werbung für Produkte bisher gemacht habe, war das immer kostenlos. Ich bekomme auch keine Produkte zugestellt. Ich habe aber in der Zeit der Blauzungenkrankheit jetzt, also wo die hier kursiert bei uns, habe ich sehr viele Heilkräuter eingesetzt und diese habe ich überwiegend bezogen bei Casimir und Lieselotte. Diese Firma begeistert mich total. Sie ist biozertifiziert, es ist ein Familienunternehmen, was in Deutschland ansässig ist und die Produkte auch selber herstellt. Ich habe da bezogen zum Beispiel Löwenzahntinktur, Artemisia Anua, Baikal-Helmkraut und vieles mehr. Ich blende euch gleich mal Bilder ein, dann seht ihr, ich habe wirklich sehr große Mengen bestellt. Und Casimir und Lieselotte bieten ein Programm an, das kennen viele von euch. Man gibt einen Code an, wenn man etwas bestellt und es kommt jemand anderem zugute. In diesem Fall gibt es bis zu 20 Prozent für uns, wenn ihr bei Casimir und Lieselotte bestellt und den Code Lebenshof angebt. Ich verlinke euch das alles noch in der Infobox zu diesem Video. Wenn ich nicht so begeistert von dem Produkt wäre, würde ich sowas niemals machen. Das ist auch eine totale Ausnahme. Aber ich denke mir, ich würde ohnehin Werbung für diese Firma machen, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Und wenn wir dann für den Lebenshof und für die Tiere dafür dann auch noch einen kleinen Zuschuss bekommen, ist es doch toll. Ihr verliert nichts und wir gewinnen dadurch. Ich verlinke euch alles, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Bilder von den Produkten. Das ist einfach alles, die haben so eine große Vielfalt und ich setze die Produkte ja ein bei den Tieren. Und wir sind gut durch die Zeit gekommen und ich hoffe, das geht auch weiter so. Jetzt ist es ja was kühler geworden, von daher können wir da guter Hoffnung sein. Also, wenn ihr uns unterstützen möchtet, macht das gerne mit diesem Link. Alle Infos in der Beschreibung. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr diese Informationen mit euren Freunden und Bekannten teilt. Denn immer mehr Menschen finden zurück zur Natur, haben hohes Interesse an dem Einsatz von Heilkräutern, haben aber nicht die Zeit oder Energie, das selber zu machen. Und suchen nach guten, guten Quellen für hochwertige, reine Heilkräuter, die im Einklang mit der Natur gewonnen wurden. Also, wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Kanal, hoffe ich demnächst wieder. Es gibt ja ja tägliche Videos. Schaut auch gerne mal auf unseren Kanälen Enjoy Plants vorbei oder auf dem Kanal von unserem kleinen Leopold, unserem kleinen Rauhardackel. Wir freuen uns und senden euch herzliche Grüße aus dem Augenland. Bis dann. Ciao, ciao.